Aber schön gemacht mit dem Parkdeck, mit den verschiedenen Levels und räumen hier also feiere ich ja extrem. Doch, Rabbids... Rabbids hat es mir angetan, weil es so ein bisschen Comic-Style ist. Und ich mag ja so Spiele so ein Comic-Style sehr gerne, muss man ja auch sagen. Und dazu natürlich Rabbids sehr angetan. Und... ja! Ja, ja. Erstmal kotzen, dann müssen wir nichts verlieren. So, hier fängt nichts, gut. Hier irgendwas? Nein. Puh, hier bist du vor dem Hopper, das ist mal sicher. Achso, hier auf dem Ding, ne? Wuff! Das ist immer ein bisschen... blöd. Weil wenn ich A drücke, beschleunige ich ja. Ah, lauf! Iiii, ich laufe! Ah, Katie voraus! Hui! Oh, schön. Nein. Was mich ein bisschen stößt, ich tue ja mit A beschleunigen. Und wenn ich A drücke, tue ich dann auch den Dialog mit den Hasen bestatten. Und das ist immer ein bisschen blöd, wenn ich beschleunige, dass ich dann aus Versehen hier immer auf das gleiche Gespräch komme. Also... hu! So, was fällt denn der? Wusstest du schon, dass du jederzeit dein Bild im Spiel machen kannst? Wenn du ein Foto machen willst, musst du nur C drücken. Ruckier's aus! Du kannst sogar Bilder an deine Freunde senden. Ähm... Ja, wenn ich wüsste, wo C ist. Na, ich weiß es jetzt schon, aber... Ach, da steht da so ein Typ hier. Hu! Da ist er, da ist er, da ist er! Ich hab' den nicht gesehen, ich hab' den nicht gesehen! Ich hab' ihn nicht gesehen! Hat er mich jetzt gar nicht gesehen, oder wie sieht das aus? Doch, hier! Hu! Hu! Ich bin gut! Oh! Gut! Also mach' ich erst mal mit ein bisschen Tempo. Geh' hier rüber. Ja, gut! Aua! Will ja keiner! Ist ja schön für dich! Wir verarschen den Typen jetzt einfach mal ein bisschen hier, ne? Dieses Objekt gehört nicht hier rief! Und jetzt, wo er hier hinten ist, können wir ja hier so ein bisschen abräumen! Hu! 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 Und dann noch mal hier in die Richtung! Genau! Genau, das wollte ich haben! Nein! Lauf! So! Und jetzt machen wir aber ohne Umwege! Hier hin! Erstmal hier! So, gut! Und wie macht man das jetzt am schlauesten? Nein! Nein! Er kürzt ab! Er kürzt ab! Nein! Warum kürzt er ab? Hu! Nein! Verdammt! Okay! Ich hab' ne Idee! Aber... Hu! Ich schaff' es! Ah! Alter Scheiß! Das war knapp! Gut! Ich hab' jetzt noch nicht alles erwischt, aber... Naja! Ging nicht anders, ne? Oh! Guck mal, wen wir mit haben! Wir nehmen einfach mal die gute Tante hier mit! Dieser Artikel steht nicht zum Verkauf! Nicht? Warum nicht? Finde ich aber schade! Ich will sie mitnehmen! Ein bisschen abschleppen und so! Ach so gut, die kann man nicht abgeben! Wir nehmen halt so die ganze Zeit mit! Na gut! Ach gut! Ich schaff' die dicken Dinger zu den Toiletten! Ah! Gut! Also zu den Toiletten, weil wir durch die Kanalisation kommen, ne? Alter Scheiß! Da müssen wir jetzt lang mit der Toosie auf den Wagen! Babababum! Babababum! Na, herz allerliebs! Ist doch toll! Ich freu' mich! Ein bisschen Herausforderung schadet da kein, ne? Wir nehmen doch natürlich noch alles mit! Ein bisschen Bonus wollen wir ja! Mein Finger fällt auch gleich ab! Das ist so ein bisschen blöd! Ich muss hier runter! Boah! Gut! Und dann... Hier rüber! Bababum! Und hier rüber! Und hier rüber! Und hier rüber! Hier rüber! Und... Lalalala! Komm schon, komm schon! Bummi! Macht nicht alle! Jawoll! Und jetzt spielen wir die Toante beim Klo runter! Sehr realistisch! Jawoll! Ein Geschenk! Zwei Geschenke! Drei Geschenke! Vier Geschenke! Acht Sachen fehlen mir! Verdammt! Acht Sachen! Das nervt mich jetzt ein bisschen! Das... Das stört mich jetzt ein bisschen extrem, muss ich sagen! Aber... Ja! Mal was mit dem Level hier zu Ende! Und dann schauen wir mal weiter! Jo! Schön! Auch die Matratze mal mitnehmen! Ganz nice! Hui! Ja! Ich freue mich doch! Es... Es macht mir Spaß! Ich weiß noch nicht die ganze Zeit, was ich erzählen soll! Aber... Hey! 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 Es macht Spaß! Ja doch schon! Ich habe meine Freude dran! Und ich hoffe, du hast auch deine Freude dran sendest! Es ist ja mal kein Windewild! Ähm... Ja! Ich muss sagen, es ist auch ganz begemer mit dem Headset auf dem Sitzack zu sitzen! So vom fetten Fernseher! Macht auch mal fetz! Und... Ja! Wie ist ja auf jeden Fall noch einiges geplant, kann ich ja so schon mal sagen! Dann sende ich mir ja die Capture... Kä... Kä... Da... 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 Verfolge den Pfeilen! Sie bringen dich an einen neuen Ort mit dem Arm! Ja! Also was ich sagen wollte... Äh... Mit der Wiese auf jeden Fall noch einiges geplant! Sonst hätte ich mir ja auch gecaptured! Nicht kaufen brauchen! Mehr Arbeit bedeutet mehr verdient! Mehr kommt! Ja! Auf jeden Fall kommt da noch ein bisschen was! Und... Auch eventuell noch ein LPT! Nämlich! Mit dem Don dann wahrscheinlich nochmal! Weil ein LPT an der Wiese ist immer ein bisschen schwierig! Da kann's ja... Sollte man schon ein bisschen nebeneinander sitzen! Und da sieht es sich natürlich mit dem Don an! Aber... Oh! Verfolge den Pfeilen! Das wird auch! Aber keine Angst! Es kommen auch irgendwann mal Let's Plays mit anderen Leuten! Aber... Ja! Da ist natürlich immer die Frage... Was spielt man? Und... Mit wem spielt man? Und... Das ist halt immer so ein bisschen... Schwierig bei sowas! Die Koffer mitnehmen! Uh! Uh! Das ist mir nicht vergönnt! Ja! Ja! Ich will... Ich will hier... Na gut! Der ist schon nackig! Aber der ist noch nicht nackig! Komm her! Du bist noch angezogen! Hehehehe! Oh! Haben wir nicht nackig gemacht! Du kommst jetzt auch mal her hier! Los auf! Komm her! Nackig! Wie? Wie? Was? Ist das so? Ja? Na hoffentlich tust du mir nichts! Im Zweifel verzichten sie! Achso! Wir verzichten auf illegale Handlungen! Ich hab das vorhin nicht ganz gehört! Diese komischen Vögel eigentlich! Ich bin ein Hase und kein Vogel! Was muss ich denn tun? Huh! Warte! Da hat der mich jetzt erschreckt, der Hund! Ach! Okay! Gut! Woher kommen wir jetzt hin? Ach! Hier! Guck mal! Hui! Komm mal hier durch! Nein! Schade! Gut! Hier geht's also nicht weiter! Hier haben wir jetzt erstmal alles! Ähm! Ja! Aber ich weiß, wir sollen dem Pfeil folgen! Ich hab Angst, dass wenn wir dem Pfeil folgen dann nicht mehr so viel Zeug zum Leerräumen haben! Ach! Hier waren wir schon, ja! Ich erinnere mich! Und ich würde... Bitte lächeln! Sie wären gefilmt! Ja! Bitte lächeln! Wir waren über Sie! Ich... Tschüssi dann! Nein! Ich würde doch gerne noch ein bisschen was mitnehmen hier! So! Folge dem Pfeilen! Ja! Das wissen wir doch! Aber ich möchte gerne noch so viel wie möglich mitnehmen! Und Leute ausziehen vor allem! Denn ich bin ein Nacktfetischist jetzt! Jetzt ist es raus! Jetzt wissen es alle! Nein! Eigentlich nicht! Aber es macht so ein bisschen Spaß hier alle Leute so ein bisschen zu mobben! Gut! Hier geht's nicht weiter! Dann gehen wir nochmal hier hoch, wo er in den Typ stand gerannt hat! Oh! Ach! Guck'n mal hier! Oh! Ja! Das ist... Was willst du denn machen? Wieii! Ah! Er hat Hunger! Gut! Gut! Wir stehen jetzt auf'n Dach! Das ist auch sehr... Ich weiß gerade nicht wirklich was es trinkt! Aber Nun gut, ne? Gut, hier kann man nicht rein Dann geht's halt weiter Oh, vergiss das ich Nein, sowas Ja, hab ich immer, ne? Ja, was Neues, Teures Ja, meins, ne? Ich hab's verdient Äh, ja, aber Den nehmen wir mit Ich bin ein Hundefreund, ich nehm Hunde mit Nein, ich bin ja immer der Katzenfreund Was ich auch immer eigentlich lustig finde So richtig Hunde- oder Katzenliebhaber Oft zu sehen, eigentlich immer Aber so jemand, dem das egal ist Oder der beides gleich immer, gibt's eigentlich so gar nicht Entweder man mag Katzen mehr Oder man mag Hunde mehr Habe ich zumindest die Erfahrung mit mir gemacht Oder irre ich mich da Also ich muss sagen, ich mag ja Katzen Komm her, du Töne Ich nehm dich mit Huuu Hunt, 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 Hunt Halt, Hunt, Hunt, Hunt Halt, Halt, Hunt, Hunt Halt, 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 Hunt So Ich, ich Mach dir nicht verrückt Der ist so Hi, zieh dich aus Okay, tschüss War nett, dich kennenzulernen Hallo. Ja, macht Spaß doch. Na du? Ach komm, ist doch ein schöner Tag. Da brauchen wir nichts zum Anziehen. Du hast nur noch einen Schluck an. Ah da, ah da, ah da, ah da, ah da, ah da. Ah da, ah da, ah da, ah da. Huh. Komm her du. Hund, 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 Hund. Hehehe. Hund, 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 Hund. Hund, 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 Hund. Ja, wir wollen ja alles mitnehmen. Ich will zumindest alles mitnehmen. Du musst es mir angucken, wenn du das willst. Du tust du ja hier gar nichts. Aber ich bin halt schon... Dazu geneigt, ja alles kaputt zu machen. Ach, warum geht das nicht kaputt? Oh, das soll man mal so anscheinend nicht hin. Wir gucken einfach mal hier weiter. Oh, oh, oh. Wir nehmen hier noch eine Pflanze mal mit und... Huch. Und... Achso. Hier geht es runter. Ah, wir werden gefilmt. Gut. Das... Weiß ich nicht, ob ich das freuen soll, wenn ich das höre. Also, ich filme mich ja sowieso, ne? Man hat halt abgesehen. Hey, mein, 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 ich... Wuh! Ich werde das leben. Warum laust ich denn hier auch so viele nackige rum, sage mal? Jetzt habt ihr... Oh! Hey! So, was haben wir denn eigentlich hier drin? Und hier? Nichts, gut. Ich dachte, hoch, da! Guck mal an hier. Da kann man hier noch ein paar Bluten abruppen mitnehmen. Jawohl! So, den lassen wir dann mal um... Umstehen. Und dann kaufen wir uns mal nichts Neues, aber gehen wieder... Hier rüber war, glaube ich, das neue... Nee, hier. Hier war. Hier war man noch nicht. Huch! Oh, guck mal, der Weihnachtsmann! Gib mir Geschenke! Gib mir Geschenke! Gib mir Geschenke! Ihr nicht artig seid! Dann was? Was ist, wenn ich nicht artig bin? Hä, Weihnachtsmann? Ist ein bisschen nackig. Da weiß doch niemand, was er sagen soll. Der Weihnachtsmann ist jetzt so nackig hier. Naja, gut. Er hat mal ein bisschen Weihnachtsmann ein bisschen hier ausgenommen. Was ist los? Was ist los? Oh, guck mal! Hallo! Ich hab nix für euch! Na, jetzt nicht mehr. Nö, da hast du recht. Ja. Ähm. Gut, dann... Ja, möchten wir... Wir möchten natürlich die Kanalisation gehen. Babababadadadab. Und ja, wir versuchen mal zum Glück hier. Schauen wir mal, was rauskommt. Und... Ja, ich bin gespannt auf das nächste Level. Bevor wir das nächste Level machen, mache ich allerdings jetzt mal einen Aufnahmestopp. Weil ich ja nicht weiß, wie es aufnimmt und so. Und ja, dann bis gleich auf jeden Fall. Weil ich«, was rauskommt. Bis zum nächsten Mal.